Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir über Diablo 4. Wir alle sind jetzt, ich denke mal alle, in-game und haben Spaß. Falls ihr keinen Spaß habt, falls ihr nicht die Story gerade am Genießen seid und einfach euch vielleicht freut, dass ihr relativ oder bis gar keine Warteschlange habt, habe ich nachher noch einen Tipp für euch Richtung Ende des Videos. Aber heute möchten wir erstmal noch zwei wichtige Sachen besprechen, die ich oft gefragt bekomme. Nämlich, wir haben hier einerseits, und damit fangen wir direkt an, die Frage nach dem Wolfpapi, hier hinten. Leute fragen, wie bekommen wir das? Ihr müsst an die Kommode hingehen, dann geht ihr hier auf diesen Reiter Gegenstände und dann seht ihr hier einen Slot, wo ihr für euren Rücken habt. Und dann, wenn ihr dieses Beta-Wolfsbündel habt, dann könnt ihr das hier direkt ausrüsten. Das gleiche gilt natürlich dann für künftige Sachen, die ihr für euren Rücken kauft. Die werden dann hier auswählbar sein. Also nochmal ganz kurz, neben eurer Beutetruhe gibt es diese Kommode, da klickt ihr hin. Dann seid ihr direkt im Kommoden-Auswahlbildschirm. Geht auf die Gegenstände. Hier ist das für den Rücken, da könnt ihr es auswählen. Dann geht es natürlich noch im zweiten Schritt um die Pferde, die wir haben. Und wenn ihr erstmal hier beim Stallmeister seid, seht ihr natürlich, ihr könnt, je nachdem, was ihr gekauft habt, habt ihr hier schon die Vorauswahl für die Pferde, die ihr in eurer Edition dabei habt, hier die Reittierrüstungen dabei und eventuell dann hier noch die Trophäe. Aber bisher ist natürlich ein Schloss davor. Hier steht, Reittier Donans gefallen, abschließen. Das könnt ihr erst im späteren Spielverlauf. Aber ihr findet das bereits, wenn ihr jetzt beim PC die Tabulator-Taste drückt. Seht ihr hier, ist diese Quest, um die es sich dreht. Akt 2, das Messer dreht sich. Hier steht nämlich, das Ziel findet Donan in der Bastion von Eldheime. Und wenn ihr natürlich schnellstmöglich an euer Pferdchen kommen wollt, solltet ihr dann auch da drauf drücken, damit ihr diese Quest verfolgt. Und dann seht ihr das natürlich dann auch, wo ihr dann hin müsst. Hier geht es dann in die richtige Richtung. Wenn ihr schnell an euer Pferd kommen wollt, das ist der Way to go sozusagen. Was ich natürlich jedem von euch nochmal empfehlen möchte, einfach für den Start. Drückt die A-Taste bei eurer Klasse, was auch immer es ist. Und ihr findet hier sehr wahrscheinlich dann euren Auswahlbildschirm für die Klassenspezialität. Und schaut dann einfach, es wird hier dran stehen, was ihr abschließen müsst, um das freizuschalten. Und ich würde euch wirklich auch sehr empfehlen, sobald ihr das machen könnt, beim Barbar war es glaube ich Level 18, dann geht dorthin, schaltet euch das frei. Denn hier könnt ihr natürlich zusätzliche Boni, zusätzliche Verstärkung rausbekommen. Das ist bei jeder Klasse so mehr Möglichkeiten, einfach um besser und schneller durch den Kampf zu kommen. Das heißt, schaut da drauf und guckt ab, wann ihr das freischalten könnt und macht es dann am besten auch direkt. Und last but not least, Leute, zum angekündigten Tipp. Also, wenn ihr keinen Spaß an dieser Story habt, wenn ihr im Spiel seid und nicht in der Warteschlange stehen müsst, die zwei, drei Stunden oder vielleicht sogar länger geht, wie bei manch anderem Release, besonders letztes Jahr. Wenn ihr euch nicht freut, einfach mal die Story zu machen für die ersten 20, 30 Stunden, den Endgame-Content zu genießen, der jetzt schon da ist im Game, dann sucht ihr nach folgendem, drückt das mal I und sagt, Mist, verdammt, da ist ja nichts, wo ich mich drüber aufregen kann. Dann drücke ich Escape, dann sage ich, oh, Moment, hier steht jetzt auch noch nichts Großes, kein großer Button? Hm. Dann drücke ich die Tabulator-Taste, Mensch, auch kein großes Icon-Symbol, warte mal. Aber ich habe den ultimativen Tipp hier oben, da oben, da ist es. Und es leuchtet auch schon so verdächtig, dass der Clan auch leuchtet, ist egal, aber das hier leuchtet schon so verdächtig. Dann klickt ihr da rein und dann findet ihr sie. Sie, und sie, sie kommt dann mit so bösen Karten und die macht dann sowas, ja. Und dann sind da Sachen dran, die kosten, das kostet 25 Euro, das kostet ein bisschen weniger als 25 Euro. Und jetzt passt auf, dann werdet ihr sehen, hier gibt es zum Beispiel was für 1000, dann gibt es was für 1600, dann gibt es 1800, 2200. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, hm, Mist, ich könnte ja hier 1000 und könnte dann 200 kaufen und könnte mir das direkt kaufen, ohne dass was übrig bleibt, nicht so wie bei anderen Ingame-Shops. Verdammt. Hm, dann könnte ich hier noch weiterschauen und vielleicht gucken, hm, warte mal, hier haben wir was für 800. Ein 800er-Paket. Moment, ich schaue. Das könnte ich viermal kaufen, verdammt. Dann hätte ich ja direkt rund das, was ich reininvestiert habe und könnte mir direkt was kaufen, ohne dass was übrig bleibt, dann müsste ich mir nicht irgendwie wieder so ein Extra-Paket on top kaufen. Verdammt. Aber, hey, ihr könnt euch dann hier wirklich sehr schön drüber aufregen, über alles Mögliche, dass das so viel kostet und einfach hier reingucken. Guckt einfach hier rein und verbringt eure Spielzeit hier in diesem schönen Bildschirm, weil es gibt nichts anderes gerade in diesem Spiel zu sehen. Es gibt keine Story, es gibt nicht das Game, es gibt nichts zu erleben, es gibt nichts zu grinden, es gibt nichts zu farmen, es gibt nichts, eine Klasse auszubauen, Bild zu bauen, Spaß zu haben, gibt es nicht. Es gibt diesen schönen Bildschirm hier und den empfehle ich euch wirklich ganz, ganz stark, wenn ihr euch mit irgendwas bombardieren wollt, damit ihr was zum Meckern habt. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut und auf Wiedersehen. Kein 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 Bis zum nächsten Mal.